Ja, der Donald Trump ist halt mein Sorgenkind und jetzt will er noch eine 2F in Davos und da haben sie irgendwie schon Millionen rein geputert für die Übernachtung, für die Fahrt, für den Sicherheitsdienst und es gibt jetzt ein Impeachment gegen Donald Trump und ich hoffe, er wird impeached, er wird des Amtes enthoben und wir hätten auch noch bessere Präsidenten, den Blumberg zum Beispiel, der hat 50 Milliarden und der Donald Trump hat noch 3,1 Milliarden und der Blumberg ist Demokrat. Also er ist nicht mehr ganz der jüngste Blumberg, 70 Jahre alt, aber ich denke, er macht noch etwas.